Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Ich will Fegelein sehen, sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Das ist die Rolle von Hermann Göring, zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Der schleicht er dann gleich wieder ab, kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Und die eigentliche Szene oder was, was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, wo ich in den nächsten Szenen, die ich habe. Grazie! Ja, scheine! Ja, scheine! Ja, scheinen! Ja, scheinen! thing nicht magestecht! Ja, nee! Nein, try es aber nicht! Bis zum nächsten Mal.